Die Brötchen sind nicht teuer. Die Brötchen sind nicht teuer. Die Brötchen sind nicht teuer. Sie sind im Sonderangebot. Die Brötchen sind nicht teuer. Die Brötchen sind im Sonderangebot. Super! Die nehmen wir. Wir nehmen die Milch und den Käse. Wir nehmen die Milch und den Käse. Ist die Milch frisch? Nein. Dann nehmen wir die da. Die Milch kostet nur 80 Cent. Ist sie frisch? Die Milch kostet nur 80 Cent. Wir nehmen den Käse. Er ist auch im Sonderangebot. Die Wurst kaufen wir in der Netzgerei. Die Wurst kaufen wir in der Netzgerei. Dort ist sie frisch. Ich habe für alle! Vielen Dank.